Herzlich Willkommen zum heutigen Unboxing. Heute haben wir für euch die Memo Box von Pimpf. Alle weiteren Informationen zu diesem Album, der Tracklist und dem Boxinhalt, sowie natürlich auch die Links zum Album und zur Box, findet ihr wie immer unter diesem Video in der Videobeschreibung. Memo von Pimpf, das Ganze aus dem Jahr 2015. So sieht das aus. Wir haben hier eine weiße Box in der schlichten Optik eines Kartons, also eine klassische Kartonbox, allerdings eben nicht in braun, sondern in weiß eingefärbt. Und auf der Oberseite haben wir hier einen Sticker angebracht. Hier oben lesen wir einmal Pimpf und Memo, also der Interpret plus der Albumtitel. Auf der rechten Seite lesen wir Stereo HWC 004, Rheinmetropole Hof Geismar. Das ist der Wohnort bzw. der Geburtsort von Pimpf. Dort kommt er her, das ist eine 15.000 Einwohner Stadt in der Nähe von Kassel. Und dann haben wir hier unten noch die Credits und einen Barcode. Und auf der rechten Seite lesen wir limitierte Fanbox mit Instrumental-CD, T-Shirt, Sticker und Poster. Also das sind die Inhalte, die sich in dieser Box befinden. Ansonsten hier, wie gesagt, alles in weiß, ebenso die Unterseite. Und das Ganze geht dann hier aufzuklappen. Und dann kommen wir zum Inhalt. Wir haben hier einmal ein Shirt, dann das Album, die Instrumental-CD, 1, 2 Sticker und ein Poster. So, von innen die Box hier in weiß. Dann machen wir das gute Stück mal wieder zu. So, zur Seite und starten wie immer mit dem Album an sich. So, das Ganze ist noch eingeschweißt. Bedeutet, wir werden auch hier wieder die Folie abmachen. So. Und dann schauen wir mal hinein. So sieht das aus. Also das Cover exakt wie auch von der Box. Das kennen wir schon. Pimpf hier vor einem Regal, vor einer riesigen Plattensammlung sitzen. Also sieht so aus wie ein Wohnzimmer. Wir haben hier nämlich auch eine Couch. Sieht recht gemütlich aus, die Couch. Und dann hier eben Unmengen an Platten in Regalen hier eingeräumt. Das Ganze kommt in einem Standard-Jule-Case. Auf der Seite lese ich dann auch wieder Pimpf und Memo. Und auf der Rückseite haben wir dann die Tracklist. 13 Stück an der Zahl. Und wir haben auf diesen 13 Tracks drei Features verteilt. Wir haben hier Features von Umse, Mortis und Damian Davis. Und darunter dann auch wieder Credits und Barcode. Und im Hintergrund sehen wir dann auch wieder diese Plattensammlung. So. Dann werfen wir mal einen Blick ins Booklet. So. Was lesen wir hier? Okay. Also das sind nochmal die ganzen Infos kompakt zusammengefasst des Albums. Wer hat das Ganze produziert? Wer war da hinter den Kulissen am Start? Wer hat das Ganze begleitet? Dann. Egal wie weit wir fahren. Jungs, wir kommen niemals an. Okay. Recht pessimistisch. Dann haben wir hier einzelne Tracks. Inklusive der Info, wer daran beteiligt war. Sehr schön. Und das Ganze dann hier auch nochmal und unterlegt mit so kleinen Fotos in Schwarz-Weiß. Dann haben wir hier noch... Was lesen wir hier? Ich habe leider keine guten Perspektiven. Du kannst dir gerne einreden, dein Studium zu lieben. Ich schreibe weiter als Pap... Ich schreibe weiter auf Papier... Ich schreibe weiter auf Papierflieger-Songs. Doch guck, ich habe das Zeugnis von Studierten bekommen. Alles klar. Ja, also das dürfte auch wieder eine Songzeile sein von Pimpf. Dann haben wir hier eine recht lange Danksagung. Und zum Abschluss gibt es nochmal die Plattensammlung und hier die Info in Gedenken an Louis. Jawohl. Die Album-CD sieht dann so aus. Pimpf Memo. Also hier dieses Dunkelbraun bzw. Schwarz und dieses Olivgrün. Diese beiden Farben hier ziehen sich echt durchs ganze Artwerk. Auch jetzt hier durch die CD. Und wirkt auf mich irgendwie so ein bisschen bedrückend, um ehrlich zu sein. Was ich auch spannend finde, hier unten dann noch die Info. Haben wir auch selten auf den CDs. Das hier nochmal kompakt steht. Artist, Album, Laufzeit und Label. Das finde ich echt schön gemacht. Und dann haben wir hier noch so ein kleines Foto. Sieht aus wie ein Schulhof oder wie ein Pausenhof. Und dann haben wir so ein kleines Papierschiffchen gefalten. Das war das Album. Zusätzlich haben wir dann die Instrumentals. Die sehen so aus. Kommen, muss ich sagen, leider in einer Plastikhülle, in einer Klarsichthülle. Die sehen so aus. Bimpf Memo Instrumentals lesen wir hier drauf. Finde ich etwas schade, dass man die hier so einfach nur in diese Hülle gepackt hat. Ja, die gesleeft ist auch nicht das wahre. Wäre aber doch, glaube ich, doch noch eine Spur besser gewesen. Oder eben dann entweder hier mit ins Joule Case packen oder eben extra nochmal verpacken. Aber diese Folien hier, von denen bin ich kein Fan, kann man so schlecht ins Regal stellen. Dann haben wir zwei Sticker mit dabei. Einmal diesen hier. Ist in der Optik wie so ein Notizzettel. Liniert. Und was lesen wir hier? Ich schreibe an deinen Namen adressiert und vielleicht hörst du eines Tages was von mir. Ja, das ist schön. Im Hochformat. Und dann haben wir diesen hier. Pimpf Memo Kreisrund. Und auch hier wieder diese Farben. Dieses Olivgrünbraun. Ja, also meine Farbe ist jetzt ehrlich gesagt nicht so. Und es wirkt auch auf mich etwas, ja, so im alten Heim und etwas depressiv. Also rein von der Farbwahl ist das Artwork jetzt nicht ganz so mein Fall. Dann haben wir hier das Foto, das wir auch schon gesehen haben im Booklet. Und zwar hier Pimpf, der gerade einen kleinen Papierflieger loswirft. Darunter lesen wir wieder Interpret plus Albumtitel. Und rechts dann Rheinmetropole Hof Geismar. Das Ganze ist einseitig bedruckt und im Hochformat. Und als letzten Boxinhalt haben wir dann noch ein Shirt mit dabei. So. Und rein vom ersten Eindruck ist das recht ungewöhnlich, denn die meisten Shirts, die in Boxen sind, sind die dann noch klassisch in schwarz oder weiß gehalten. Und das ist so eine Mischung aus, ich sag mal, Grau und Grün. Also ist die Frage, ob das hier richtig rüberkommt. Aber es ist echt so eine ganz eigene Farbmischung. Ich würde es jetzt echt so als Dunkelgrau-Grün bezeichnen. Wobei man sagen muss, dass jetzt auch in der Kamera die Farbe nicht ganz so stark herkommt. Also da ist noch ein leichter Grünstich, der jetzt vielleicht nicht so rüberkommt. Und hier im Brustbereich haben wir dann wieder dieses Logo, der Kreis mit Pimpf, Memo und darunter dann die Vinyl. Also diese Platte. Rückseite sieht so aus, also glatt, da ist kein Aufdruck oder sonst irgendwas. Und wir haben es bei diesem Shirt zu tun mit einem Gildan Heavy Cotton in der Größe L, 100%, nein, nicht mal, sorry, 50% Baumwolle und 50% Polyester. Und das Ganze ist made in Nicaragua. Grüße gehen raus. Wir fassen zum Abschluss noch einmal kurz zusammen, was sich alles in der Box befindet. Wir haben einmal das eben gezeigte Shirt, Größe L. Dann mit dabei das Poster, einseitig bedruckt im Hochformat. Dann die beiden Sticker, einmal kreisrund, einmal rechteckig. Ebenfalls im Hochformat. Die Instrumentals zum Album, hier in dieser Klarsichthülle. So wie natürlich das Album an sich, Memo von Pimpf, das Debütalbum von Pimpf mit insgesamt 13 Tracks. Jawohl. Das alles in dieser wunderbaren Box Memo von Pimpf. Mich würde natürlich interessieren, was haltet ihr von dem Album bzw. der Box? Schreibt es in die Kommentare und wenn ihr die Musik feiert, falls ihr Pimpf unterstützen möchtet, dann findet ihr die Links dazu unter diesem Video in der Videobeschreibung. Das war's für heute. Bis zum nächsten Unboxing. Passt euch auf. Ciao.